ja servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja heute gibt es noch mal eine nicht lachen challenge heute mal mit lustigen kinder fails und ja das video geht zehn minuten und die ersten fünf minuten werde ich mir jetzt anschauen und die zweiten fünf minuten werde ich wahrscheinlich mit dem tobi oder mit meiner mutter sogar auch anschauen also den rest werde ich dann mit tobi oder meiner mutter anschauen und ja das wird dann teil zwei werden ja dann war ich nicht lange um täglich mal sagen let's go okay das kann ich schon geht jetzt ans feuer nein Oh no! Oh no! Are you getting a picture? Are you getting a video? Oh! I'm okay! Do it again! You're so stupid! Sorry, did we go too fast? I'm so stupid! Too bad! This can be awesome. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Waaah! Say something, I'm giving up on you NOOOOO!!!! Flaps Oh! Ah! Wooh! Okay! Hi! Hi! Hi Nicole! OOOH! HAHAHAHAHAHA! I hope you're still looking for a bit Oh! Oh! Woohoo! Woohoo! That was terrific! There it is! Oh! 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 Stop! Ready? Go! Let me get you! Two! Three! Four! Five! Six! Seven! One! 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 Are you sure you can hang it? Yep! Sure! Be careful! One! Because I'm not next to you! AHH! 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 Okay! Ja. Are you sure you can hang it? Ich kann doch gerade schon. Sure. Be careful. Come on Tina, come on. Alles klar. Bester Vater. Das ist tatsächlich mein Vater auch zu trauen. Oh, you can. You lost my girl. Was ist das? Richtig Tobi, ey. Das ist das. Richtig Tobi. Richtig Tobi. Richtig Tobi. Richtig Tobi. Richtig Tobi. Richtig Tobi Richtig Tobi. 46�� constellation 19212 00260eki7 hat, dann lass einen Daumen oben da. Also mit Kindern ist irgendwie immer lustiger als sonst. Keine Ahnung. Ja, ich fand es auf jeden Fall lustig. Viele Videos kannte ich auch schon. Aber trotzdem war lustig. Ehm ja, den zweiten Teil werdet ihr wahrscheinlich mit meiner Mutter oder den Tobi sehen. Ja, mal schauen. Und dann Teil jetzt sagen, das war's vom Video. Bis zum nächsten Video. Haut rein Leute und Peace.